Wie wäre es denn mit dem neugeborenen Baby von Königin Aurelia und König Ludwig? Oh ja, das ist eine super Idee. Aber deren Villa wird doch streng überwacht. Wie sollen wir es denn schaffen, das Baby von ihnen zu entführen? Ich würde sagen, wir brechen in der Nacht durch ein Fenster ein, schnappen uns schnell das Baby und hauen dann ab. Und dann fordern wir ein Lösegeld für das Baby in Millionenhöhe. Und dann sind wir auf einen Schlag reich und sind keine kleinen Gauner mehr. Oh ja, das hört sich traumhaft an. So, dann würde ich sagen, warten wir bis es Nacht ist. Und dann schlagen wir zu. In der Nacht. Okay, es war klar, dass wir vor der Tür Security Leute stehen. Am besten klettern wir von der Hinterseite der Villa über ein Fenster rein. Ja, so machen wir es. Gut, jetzt sind wir schon mal drin. Jetzt müssen wir nur noch das Schlafzimmer mit dem Baby finden. Hier ist das Schlafzimmer. Okay, perfekt. Am besten wir schnappen uns das Baby und hauen dann durchs Fenster wieder ab. Okay, so machen wir es. Am nächsten Morgen Puh, ich muss schon aufstehen. Es ist Zeit, Maria ihre Milch zu geben. Ach du meine Güte, wo ist Maria denn? Sie ist weg! Ludwig, wach auf, sofort! Was ist denn los? Maria ist weg! Was, das kann doch nicht sein! Doch, sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Und außerdem war der Schutz von ihrem Gitterbett heruntergefahren. Das heißt, jemand muss sie rausgeholt haben. Ach du meine Güte, wir müssen sofort unsere Bodyguards und die Polizei verständigen. Ja, ganz dringend! Eine halbe Stunde später. Wie Sie ja bereits wissen, ist unsere Tochter Mia spurlos verschwunden. Wahrscheinlich wurde sie entführt. Haben Sie denn irgendwelche Hinweise oder Spuren im Garten oder im Haus gefunden? Wir haben im Haus diesen Hammer hier gefunden. Mein Kollege und ich haben das ganze Gelände um die Villa herum abgesucht. Aber das Einzige, was wir gefunden haben, waren Fußspuren im Hintergarten von zwei relativ großen Schuhen. Bei Entführungen ist es normalerweise so, dass sie angerufen werden und dann wird nach Lösegeld gefordert. Dann hoffe ich, dass sich die Entführer bei uns melden werden. Ich würde alles Geld der Welt bezahlen, um meine Tochter wieder zurückzubekommen. Das hoffen wir auch. Oh, das ist mein Telefon. Hallo? Hallo, Sie haben Ihr Kind. Wenn Sie zwei Millionen Euro bezahlen, dann kriegen Sie Ihr Kind wieder. Ja, das werden wir machen, aber tun Sie unserer Tochter bitte nichts an. Sie haben Zeit bis heute Mittag um 15 Uhr. Dann erstellen Sie die erforderte Summe an der Uferstraße neben der schwarzen Mülltonne ab. Und keine Polizei, sonst passiert eurer Tochter wirklich etwas. Verstanden? Äh ja, wir haben verstanden. Na dann ist ja gut. Na das trifft sich doch gerade recht, dass Sie angerufen haben. Heute Mittag bei der Übergabe vom Geld und ihrer Tochter werden wir uns verstecken. Und wenn die Entführer dann erscheinen, werden wir sie überwältigen und festnehmen. Okay, vielen Dank. Ein paar Stunden später. Zuerst schnappen wir uns das Geld und erst danach stellen wir das Baby hin. Okay, machen wir. Halt, stopp! Keine Bewegung! Polizei! Schnell ins Auto, lass uns abhauen! Die Polizei ist hinter uns her! Okay, los! Okay, los! Ich glaube, wir haben sie abgehängt. Okay, das ist erstmal gut. Aber was sollen wir jetzt machen? Jetzt haben wir dieses Baby am Hals. Weißt du was? Ich kenne da in der Nähe einen See. Schmeißen wir das Baby samt dem Korb rein und das findet da dann bestimmt schon jemand. Okay, so machen wir es. Ein Tag später. Mama, obwohl wir nicht so viel Geld haben, können wir trotzdem was Tolles unternehmen, oder? Ja klar, mein Schatz. Woran hast du denn so gedacht? Wie wäre es denn mit einem Picknick am See? Oh ja, das ist aber ein schöner Einfall. Ich packe uns etwas Leckeres ein und dann können wir los. Juhu! Eine halbe Stunde später. Juhu, wir sind da! Ja, das ist wirklich schön hier. Das war aber eine tolle Idee von dir hierher zu kommen. Mhm, danke. Komm, wir setzen uns auf den Baumstumpf und essen etwas. Ja. Mama, kann ich kurz den See angucken? Ja klar, komm aber gleich wieder, damit wir picknicken können. Ja. Zum Picknicken habe ich für mich ein kleines Tomatenbrot gemacht. Und für Mira habe ich ein Käsebrot gemacht. Und dazu ein kleines Säftchen. Mama, bin wieder da! Und, wie hat dir der See gefallen? Ich war noch nicht da. Den See will ich mir lieber nach dem Essen mit dir angucken. Oh, super. Aber ich war in einem kleinen Wäldchen und habe einen echten Hasen gesehen. Wow, das hört sich toll an. Ja, das war es auch. Mh, lecker Käsebrot. Guten Appetit! Mama, hörst du das auch? Was denn? Ich höre dein Baby weinen! Oh je, jetzt höre ich es auch. Es kommt von der Richtung vom See. Schnell, wir müssen nachschauen. Vielleicht braucht jemand Hilfe. Ja, schnell! Hm, ich höre ein Baby weinen, aber hier ist doch gar nichts. Vorsicht, Mira. Geh nicht zu nah ans Wasser. Du kannst doch noch nicht schwimmen. Oh, stimmt. Ach du meine Güte, da schwimmt ja ein Baby in einem Korb. Ich muss es schnell da rausholen. Na, komm her, Kleines. Ich rette dich. Was? Da schwamm ein Baby im Wasser? Ja, anscheinend schon. Komm, wir gehen wieder runter aufs Gras und weg von diesen Steinen. Ja. Mama, was machte denn das Baby im Wasser? Keine Ahnung. Vielleicht hat jemand das arme Ding ausgesetzt. Es war ja schließlich in einem Korb. Oh nein. Und was sollen wir jetzt machen? Hm, ich weiß auch nicht so recht. Am besten bringen wir es erstmal nach Hause und versorgen es ein bisschen. Und dann sehen wir mal weiter. Na gut. Ich hole noch kurz unseren Picknickkorb. Komm, jetzt schnell nach Hause. Ja. Miri, mein Schatz, hast du dich etwas von dem Schrecken erholt? Ja, es geht wieder. Oh, aber das kleine Baby ist so süß. Darf ich sie auf den Arm nehmen? Ja klar, aber sei ganz vorsichtig. Ja. Nanu, warum weint es denn jetzt? Das liegt ganz bestimmt nicht an dir. Ich glaube, sie hat Hunger. Oh, und was soll sie denn essen? Sie hat doch noch nicht mal Zähne. Natürlich braucht sie Milch. Ich schaue mal, ob wir noch etwas Geld da haben, um ihr welche zu kaufen. Okay. Oh nein, es ist nichts mehr übrig. Oh nein, was sollen wir denn jetzt machen? Das kleine Baby muss doch etwas essen oder trinken. Hm, ich weiß auch nicht so genau, wie ich jetzt auf die Schnelle Geld auftreiben soll. Denn dazu müsste ich erstmal wieder etwas arbeiten gehen. Das Problem ist, dass ich momentan keine Stelle finde. Nein. Moment mal. Ja, ich hab die Idee. Ich versuche mal, unseren Fernseher beim Schrotthändler zu verkaufen. Der Fernseher funktioniert sowieso kaum noch und ist eigentlich zu nichts mehr zu gebrauchen. Vielleicht kriege ich dafür etwas Geld, wovon wir uns dann die Milch kaufen können. Ja, das ist eine gute Idee, aber dann haben wir ja gar keinen Fernseher mehr. Ja, ich weiß, mein Schatz. Der Fernseher war eigentlich nur noch unser einziges Mittel, um irgendwie Nachrichten zu gucken oder so. Und das würde jetzt auch verschwinden. Aber es geht nicht anders. Das Baby ist viel wichtiger. Ja, da hast du recht. Dann komm, machen wir uns mal auf den Weg zum Schrotthändler. Ja. Hallo. Guten Tag. Würde sich dieser Fernseher eventuell noch verkaufen lassen? Ja, ich denke schon. Ich glaube, aus dem könnte ich noch etwas anfangen. Okay, super. Können Sie mir den vielleicht kurz geben? Ich schau mal kurz, wie viel da ungefähr wert wäre. Ja. Ja. Hier, bitteschön. Das ist das Mindeste, was ich Ihnen dafür geben könnte. Okay, danke schön. Dann tschüss und schönen Tag noch. Danke, gleichfalls. Tschüss. Puh, ich bin echt froh, dass wir für den Fernseher noch ein bisschen Geld bekommen haben. Ja, ich auch. Komm, am besten wir gehen gleich in einen Laden, wo es Sachen für Babys gibt und kaufen mal das Mindeste, was die Kleine braucht. Okay. Oh, hier gibt es ja tolle Sachen. Du kannst dich etwas umschauen, wenn du magst. Okay. Oh, das ist gut. Hier scheinen ein paar Babysachen im Angebot zu sein. Dann nehme ich am besten die zwei großen Milchflaschen und die Packung Windeln. Oh, und ein Schnuller wäre auch nicht schlecht. So, ich denke, das müsste fürs erste Mal reichen. Mira, kommst du? Ich will dann bezahlen. Ja, ich komme schon. Mama, das Baby bekommt so viel und ich habe gar nichts. Kriege ich vielleicht diesen süßen Hund? Na gut, aber nur, wenn das Geld dafür noch reicht, okay? Ja. Hallo. Guten Tag. Ich möchte gerne all die Sachen kaufen, die in dieser Tasche drin sind. Und falls das Geld noch reicht? Diesen Spielhund. Okay, wie viel haben Sie denn? Um die 40 Euro ungefähr. Ja, das reicht locker für alles. Dann 28 Euro, bitte. Bitteschön. Danke. Tschüss. Tschüss, schönen Tag noch. Gleichfalls. Puh, ich bin so froh, dass das Geld noch für die ganzen Sachen gereicht hat. Ja, und zum Glück auch noch für den süßen Spielzeughund. Kannst du mir den geben? Bitteschön. Juhu, danke. Oh Mama, sie ist so süß. Ja, das finde ich auch. Aber jetzt kriegt sie erstmal ihre Milch. Äh, warte mal, Mama. Wir nennen sie die ganze Zeit nur das Baby oder sie. Wie wäre es, wenn wir uns einen schönen Namen für sie ausdenken? Oh ja, das ist eine gute Idee. Hm, wie könnten wir sie nur nennen? Ja, ich hab's. Wie wär's denn mit Anna? Oh ja, Anna ist ein schöner Name. Anna und Miri. Das gefällt mir. Ja, mir auch. Hm, es ist schon spät. Ich gebe Anna ihre Milch und währenddessen putzt du bitte schon mal deine Zähne, okay, Miri? Ja, mach ich. Ich lese dir dann auch noch eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Okay. Ich glaube, sie möchte noch mehr Milch. Ich hab das Gefühl, dass sie seit längerem nichts mehr getrunken hat. Und das ist nicht so gut für ein Baby, denn es wächst ja noch. Oh Moment, was sehe ich denn da? Wie süß, sie hat ein besonderes Muttermal auf dem Hals. Das sieht echt bezaubernd an ihr aus. Anna, möchtest du noch etwas mehr Milch? Ich glaube, das soll ein Ja heißen. Eine halbe Stunde später. Mama, Anna ist schon eingeschlafen. Okay, das kann ich verstehen. Das war echt ein langer, anstrengender Tag für sie. Ja, stimmt. Komm, leg dich schon mal ins Bett. Ich hole für mich noch eine Matte, auf der ich schlafen kann und ein Gute-Nacht-Buch für dich. Okay. Ich hab ein schönes Buch für dich ausgesucht. Juhu, danke! Also, das Zauberbett. Mathis spielte nie mit Bauklötzen, Autos oder Eisenbahnen. Viel lieber schleppte er Äste oder alte Bretter in sein Kinderzimmer. Oder schlug lauter Nägel mit einem Hammer hinein. Und er träumte einen schönen Traum, in dem er mit seinem Zauberbett umherflog. Puh, Miri schläft schon. Dann gehe ich jetzt auch mal ins Bett. Guten Morgen! Oh, guten Morgen! Ich glaube, die Anna hat Hunger. Ach so, deswegen hat sie so geweint. Ja, ganz genau. So, Anna bekommt erstmal ihre Milch. Oh, Mama! Anna hat aber ein besonderes Muttermal auf dem Hals. Ja, das habe ich gestern auch schon gesehen. Ist süß, oder? Ja, total! Du, Miri, ich muss kurz mit dir reden. Weißt du was, wir haben kaum mehr Essen da und nur noch ganz wenig Geld ist übrig. Und ich habe gestern im Supermarkt ein Plakat mit einer freien Stelle als Putzfrau gesehen. Und ich versuche mal dort etwas Geld zu verdienen, okay? Ja, aber dafür muss ich dich heute mit Anna alleine lassen. Es wird auch nicht lang sein, versprochen. Ich werde so schnell machen, wie es geht, okay? Na gut. Und was ist, wenn sie anfängt zu weinen? Dann gibst du ihr einfach etwas Milch, ja? Und falls sie dann immer noch nicht aufhört, kannst du sie ins Bett legen und ihr etwas erzählen oder sowas. Davon wird sie dann bestimmt einschlafen. Na gut. Miri, Schatz, ich mache das wirklich nicht gerne, aber es geht nicht anders. Ich kann euch beiden nämlich nicht mitnehmen. Ja, Mami, ist schon okay. Das schaffe ich bestimmt. Ich bin ja schon groß. Natürlich schaffst du das, mein Schatz. So, ich lege Anna jetzt in diesen Korb und du kannst etwas mit ihr spielen, okay? Ich hoffe, dass sie dann einschläft. Ja, hoffe ich auch. Das klappt bestimmt schon. Und im Notfall kann ich ihr auch meinen Spielzeugkund ausleihen. Ja, ganz bestimmt. Ich gebe Anna auch noch ihren Schnuller. Und Miri, die Milchflasche liegt hier, ja? Ja. Miri, du hattest noch kein Frühstück. Wir haben leider nur noch trockenes Brot übrig. Ja, das ist okay. Gut, ich hole dir kurz was. Ja. Anna, das schaffen wir bestimmt schon. So lange sind wir ja auch nicht allein. Hier, bitte schön. Danke. Gut, ich gehe dann mal. Ja, mach dir keine Sorgen, Mami. Das schaffe ich schon. Ja, ich weiß, dass du das schaffst. Dann bis ganz bald. Tschüss. Musik. 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 Amen. Ich bin wieder da. Hallo, Mami. Und, wie war's? Ist alles gut gelaufen? Ja, es war alles super. Ich habe ein bisschen mit Anna gespielt und dann ist sie eingeschlafen und ich habe sie schnell ins Bett gelegt. Wow, das hast du wirklich super gemacht. Das freut mich wirklich. Übrigens, ich habe jetzt eine Stelle als Putzfrau in einem Lebensmittelladen. Oh, super. Ja, die Bezahlung ist zwar nicht so gut, aber für uns müsste das reichen. Ja, mit dem Geld, was ich heute verdient habe, können wir zusammen einkaufen gehen, wenn Anna aufwacht. Juhu, ich liebe einkaufen. Ein paar Jahre später. Ich arbeite jetzt schon seit einigen Jahren als Putzfrau in einem Laden. Ich verdiene zwar nicht gut, habe aber in den letzten Jahren viel Geld zurückgelegt und angespart. Und jetzt haben wir genug Geld, um den Traum von mir, Miri und Anna zu erfüllen. Wir alle wünschen uns nämlich schon so lange einen Fernseher. Den alten Fernseher musste ich leider vor vielen Jahren verkaufen, da ich nämlich Essen und Babysachen für Anna kaufen musste. Aber jetzt haben wir endlich das Geld für einen neuen Fernseher zusammen. Ein paar Tage später. Anna, Miri, ich habe eine Überraschung für euch. Echt? Was denn für eine Überraschung? Kommt mit ins Wohnzimmer und schließt eure Augen. Okay. Ihr könnt eure Augen jetzt öffnen. Oh, cool, Mama. Du hast uns einen Fernseher gekauft. Wir haben uns doch schon immer einen Fernseher gewünscht. Ja, danke, Mami. Gerne. Das ist mir eine ganz große Freude. Können wir gleich was darauf gucken? Na klar. Ich schaue kurz in ein Nachrichtenprogramm hinein und danach könnt ihr eine Kinderserie schauen, okay? Juhu! Hallo, hier spricht die Königsfamilie von Bismarck. Das ist unser dritter Aufruf zu unserer verlorenen Tochter. Sie wurde vor circa drei Jahren entführt. Es sind Diebe bei uns eingebrochen und diese haben dann Lösegeld für sie gefordert. Aber bei der Abgabe ist leider etwas schief gegangen. Die Polizei geht davon aus, dass die Entführer unsere Tochter in der Nähe eines Sees zurückgelassen haben. Und seitdem wurde sie nie wieder gesehen. Sie müsste jetzt ungefähr drei Jahre alt sein, hat blonde Haare und ein besonderes Muttermal am Hals. Am Tag der Entführung hat sie ein rot-weißes Stirnbad am Kopf getragen. Wenn Sie sie gefunden haben oder wenn Sie jemanden kennen, der ein Kind gefunden hat, auf welches diese Merkmale zutreffen, dann melden Sie sich bitte bei uns und wir werden sie reichlich belohnen. Wir vermissen unsere Tochter sehr und wenn wir sie wiederfinden würden, wäre das das Beste, was uns jemals passieren könnte. Ach du meine Güte, Anna! All diese Merkmale, die die Königin gerade in ihrem Aufruf gesagt hat, stimmen auf dich zu! Wie du weißt, habe ich dich ja auch an einem See vor ungefähr drei Jahren gefunden. Ja, das stimmt, das hast du mir ja schon mal erzählt. Du hast auch blonde Haare und mir ist während dem Aufruf auch eine gewisse Ähnlichkeit aufgefallen. Du siehst der Königin ziemlich ähnlich. Außerdem hast du auch so ein besonderes Muttermal am Hals, genau dasselbe, von dem die Königin auch gesprochen hat. Du, Anna, eigentlich spricht alles dafür, dass du die verlorene Prinzessin von der Königin und dem König bist. Da gibt es hundertprozentig keinen Zweifel. Deine Mama, also die, die dich zur Welt gebracht hat, und dein Papa, der König, suchen schon seit so vielen Jahren nach dir. Und sie sind so traurig, weil du nicht bei ihnen bist. Wir wünschen uns auch nichts anderes, als dass du bei uns bleibst. Aber wir müssen dich jetzt erstmal zurück zu deinen richtigen Eltern bringen. Nein, ich möchte nirgendwo hingehen. Ich möchte bei dir bleiben, du bist meine Mama und ich kenne keine andere. Und du, Miri, bist auch meine Schwester und ich möchte bei euch bleiben. Ja, das verstehe ich natürlich komplett, Anna. Aber es wäre natürlich auch nicht fair, wenn wir deine Eltern lebenslang traurig lassen. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einfach mal zu ihnen gehen und uns melden, dass wir eventuell ihre verlorene Tochter gefunden haben. Und dann können wir mal schauen, was die Zukunft so mit sich bringt. Gehen wir jetzt gleich schon? Ja, ich würde sagen schon. Ich kann ja schließlich nicht bei ihnen anrufen oder so, weil wir ja kein Handy haben. Deswegen müssen wir direkt zu ihrer Villa gehen. Einverstanden, Anna? Na gut. Gut, dann kommt. Hallo, wer sind Sie? Hallo, ich bin hier, da ich den Aufruf der Königin wegen der verlorenen Tochter gesehen habe. All die Merkmale der verlorenen Tochter, die die Königin in ihrem Aufruf genannt hat, treffen hier auf dieses Mädchen zu. Ich habe sie auch vor ca. 3 Jahren an einem See gefunden. Und ich habe die Vermutung, dass sie die verlorene Prinzessin ist. Okay, kommen Sie rein. Ich hole den Königin. Vielen Dank. Hallo, vielen Dank. Okay. Ich bin hier. 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 Wir werden hier einfach mal üingerät treffen, okay? Ja, das können wir gerne machen, aber das Problem ist, dass wir leider kein Telefon落fahnen. Oh, ich denke, das Problem wird sich einfach lösen lassen. Ludwig, könntest du vielleicht kurz ein noch nicht benutztes Handy organisieren? Ja klar, mache ich. Hier habe ich eins. Oh, vielen Dank. Kein Problem. Dann würde ich mal sagen, bis morgen. Ja, bis morgen. Tschüss. Und tschüss, Anna-Maria. Tschüss. Tschüss, bis morgen. Ein paar Stunden später. Ludwig, was können wir machen? Anna-Maria hat sich schon sehr an die Familie gewöhnt und sie fühlt sich wie ein Familienmitglied, was ja auch normal ist. Was können wir denn machen, dass sie sich oft sehen können? Weil es geht ja nicht, dass die beiden jeden Tag hierher kommen. Ich habe eine Idee. Und zwar, wir suchen doch schon die ganze Zeit eine Haushälterin. Also jemand, der unsere ganzen Angestellten leitet und so weiter. Vielleicht hat die Frau, die Anna-Maria gefunden hat, Interesse. Sie heißt übrigens Nadine. Ach so, stimmt. Wenn Nadine den Job bei uns annimmt, dann kann sie direkt bei uns an der Villa wohnen. Das Haus nebendran ist ja direkt für die Haushälterin und die Angestellten. Oh ja, das ist eine super Idee. Das müssen wir direkt Anna-Maria erzählen. Zehn Minuten später. Na mein Schatz, was hältst du von dieser Idee? Ich finde die Idee super. Dann wohnen sie nämlich bei uns. Und dann bin ich glücklich. Okay, dann machen wir es so. Am nächsten Tag. Hallo Nadine. Könnten du und Miri vielleicht heute Nachmittag vorbeikommen? Ja, wir kommen sehr gerne. Okay, super. Dann bis später. Bis später. Tschüss. Am Nachmittag um 15 Uhr. Wir haben so eine tolle Idee. Wir würden uns so freuen, wenn du das Angebot annehmen würdest, Nadine. Und zwar suchen wir sowieso schon sehr lange nach einer Haushälterin, die unsere Angestellten leitet und generell die Ordnung im Haus organisiert und sowas. Und du wärst eigentlich perfekt dafür geeignet. Denn dann könntest du mit deiner Tochter direkt neben uns in der Villa wohnen. Wir und vor allem Anna Maria könnten dich dann jeden Tag sehen. Was? Sowas schlagen mir sie vor? Oh, vielen Dank. Ich würde den Job wirklich sehr gerne annehmen. Das freut uns wirklich sehr. Ja, und mich auch. Ein paar Tage später. Das freut uns wirklich sehr gerne annehmen. Das ist Baby Cinderella. Sie hat vor kurzem ihre Mutter verloren. 14 Jahre später heiratete Cinderellas Vater eine neue Frau mit zwei Töchtern. Alle waren glücklich, außer Cinderella. Sie hasste ihr neues Leben. Doch es wurde alles noch schlimmer. Gerade einmal ein halbes Jahr nach der Hochzeit starb ihr Vater an einer schlimmen Krankheit. Cinderella wurde seitdem von ihrer Stiefmutter und ihren beiden Stiefschwestern schrecklich behandelt. Cinderella, machst du bitte weiter mit dem Putzen? Ja, Stiefmutter. Oh, schau mal Mutter, es ist noch nicht sauber. Ich denke, sie muss noch mal wischen. Nutzloses Mädchen. Wisch noch mal alles ordentlich durch und dann mach weiter mit deinen anderen Aufgaben. Okay, mach ich. Das muss die Post sein. Bringen Sie mir, Cinderella. Oh, dieser Brief sieht wichtig aus. Liebe junge Damen unseres Königreichs, wir, der König und die Königin, schreiben euch, um euch zu einem Ball einzuladen, bei dem der Prinz eine Frau wählen wird, die anschließend die Prinzessin unseres Königreichs werden soll. Der Ball findet am Samstagabend von 9 bis 1 Uhr nachts statt. Mit freundlichen Grüßen, der König und die Königin. Oh mein Gott, ich bin mir sicher, dass der Prinz mich wählen wird. Oh nein, er wird mich wählen. Ich will die Prinzessin von unserem Königreich werden. Nein, ich. Nein, ich natürlich. Bin ich auch eingeladen? Äh, nein, natürlich nicht. Mach weiter mit dem Putzen. Der Prinz würde dich doch niemals mögen. Oh ja, Mutter, da hast du aber recht. Mädchen, sucht euch eure schönsten Kleider aus. Ihr könnt auch welche von den alten Kleidern von Cinderella nehmen. Die stehen ihr ja nicht mehr zu. Wir werden heute Abend zum Ball gehen, denn die Post hat den Brief verspätet abgegeben. Heute ist nämlich schon Samstag. Juhu, ich freu mich so. Und ich erst. Dann kommt mit, meine Lieben. Am Abend. Haha, du gehst nicht mit zum Ball. Hey, das ist mein Kleid, was du da anhast. Das hat mir mein Vater geschenkt. Na und, das ist uns doch egal. Du bist doch nur neidisch, dass wir hübsch aussehen. Nein, bin ich nicht. Du darfst mein Kleid nicht anziehen. Es ist nur für mich. Haha, für dich ist doch gar nix. Schätzchen, komm, wir müssen los. Lass Cinderella bitte in Ruhe putzen. Ja, Mutter, wir kommen. Tschüss Cinderella, viel Spaß noch beim Putzen. Ich wünsche dir, dass Vater noch leben würde. Ohne ihn werde ich wie ein Sklave behandelt. Und ich vermisse ihn so sehr. Haha, wer bist du? Hab keine Angst. Ich bin deine gute Fee. Ich habe dich weinen gehört. Und deswegen bin ich gekommen, um dir zu helfen. Aber du hast doch gar keine Flügel. Wie kannst du denn dann fliegen? Meine Flügel sind zur Tarnung unsichtbar. Komm, setz dich. Ich werde dich zu diesem Ball bringen. Keine Sorge. Vielen Dank, aber wie willst du das denn anstellen? Dazu brauche ich nur meinen Zauberstab. Vielen, vielen Dank, gute Fee. Das habe ich doch gerne gemacht. Aber eine wichtige Sache musst du noch beachten. Du musst spätestens um 12 Uhr vom Ball zurückkehren. Denn dann löst sich mein Zauber auf. Okay, das mache ich. Gut, dann bis bald. Bis bald. Mädels, das ist eure Chance. Wagt es ja nicht, das zu vermasseln. Amber, ich gehe zuerst. Nein, er gehört mir. Nein, das tut er nicht. Ihr beiden, seid leise. Ihr geht einfach beide zu ihm. Und dann schauen wir, an wem er mehr Interesse hat. Ach, na gut. Äh, hallo. Hi, ich bin Amelia. Amber, verschwinde. Ich rede gerade mit ihm. Hi, ich bin Amber. Ich habe schon sehr viel über dich gehört. Äh, okay. Entschuldigung, dass ich das jetzt sagen muss, aber ich glaube, ich würde jetzt lieber etwas alleine sein. Hallo, wie heißt du? Äh, ich heiße Cinderella. Hallo Cinderella, ich bin Prinz David. Willst du mit mir tanzen? Oh ja, gerne. Wer ist das denn? Bestimmt eine reiche Königstochter. Oh Mann, sie hat uns unsere Chance geklaut. Wir waren doch schon so nah dran. Oh nein, es ist schon zwölf Uhr. Aber du, tschüss, hast deine Tasche vergessen. Oh Mann, sie ist schon weg. Ich werde morgen einen Suchtrupp veranstalten und das Mädchen suchen, der diese Tasche gehört. Ich möchte sie unbedingt wiedersehen. Am nächsten Tag. Amber, Amelia, macht euch bereit. Der Prinz müsste jeden Moment vorbeikommen. Er sucht ja nämlich im ganzen Königreich nach diesem Mädchen, das gestern auf dem Ball war. Er will sie unbedingt wiederfinden und ihr ihre Tasche zurückgeben. Deshalb werdet ihr so tun, als wärt ihr das Mädchen gewesen. Verstanden? Oh ja, mit Vergnügen. Aber ihr wart doch nicht das Mädchen, das gestern auf dem Ball war. Ach, was weißt du denn schon? Und jetzt komm her. Ich werde dich jetzt in unserer Kammer einsperren. Was? Warum denn? Ich hab doch gar nichts getan. Ach Schätzchen, das ist ganz einfach. Ich möchte nicht, dass der Prinz einen schlechten Eindruck bekommt, wenn er dich sieht. Aber das ist nicht fair. Ich möchte den Prinzen auch sehen. Und ich bin mir sicher, dass er keinen schlechten Eindruck von uns haben wird. Zitze, zitze. Du hast aber echt gar keine Ahnung. Wenn er dich drecksschwarz sehen wird, dann wird er doch einen Anfall bekommen. Also komm mit. Und jetzt rein mit dir. Stiefmutter, bitte. Gib Ruhe. Und abschließen. Den Schlüssel stecke ich wieder ein. Amber, Amelia, bleibt hier im Flur. Ich hole euch dann, wenn der Prinz da ist. Ja, das machen wir, Mutter. Oh, hallo. Kommen Sie doch rein. Hallo, ich bin hier, weil ich Sie fragen wollte, ob Sie vielleicht diese Tasche erkennen. Oh ja, sie gehört meinen Tächtern. Ich hole sie kurz. Sie können sich hinsetzen. Gehört diese Tasche einer von euch? Oh ja, das ist meine. Danke, dass du sie mir vorbeigebracht hast. Nein, sie gehört mir. Dankeschön, Prinz David. Das Mädchen, der die Tasche gehörte, hatte blonde Haare. Daran kann ich mich noch gut von letzter Nacht erinnern. Äh ja, das war natürlich ich. Ich hatte eine Perücke getragen. Irgendwie muss ich doch einen Weg finden, hier rauszukommen. Vielleicht ist in diesem Raum irgendwas drin, was ich benutzen kann, um die Tür aufzubrechen. Der Eimer ist nutzlos. Vielleicht ist in dieser Truhe was drin. Oh nein, sie ist leer. In diesem Koffer ist bestimmt auch nichts drin. Ich schaue trotzdem mal rein. Oh, da ist ja ein Schlüssel. Vielleicht passt er ja ins Schloss. Ein Versuch ist es auf jeden Fall mal wert. Juhu, der Schlüssel hat gepasst. Das war anscheinend ein Ersatzschlüssel. Jetzt aber schnell zu Prinz David. Hoffentlich ist er noch da. Prinz David, das ist meine Tasche. Cinderella, was machst du denn hier? Verschwinde. Ja genau, du elende Lügnerin. Nein, sie lügt nicht. Ich erkenne sie. Genau du warst letzte Nacht auf meinem Ball. Ich sehe es dir an. Du hast genau dasselbe Gesicht wie das Mädchen von letzter Nacht. Ja, das war tatsächlich ich. Was? Das kann doch nicht sein. Aber was ist denn mit dir passiert? Ach, das ist eine lange Geschichte. Willst du vielleicht mit auf mein Schloss kommen und sie mir erzählen? Oh ja, gerne. Bitteschön. Danke. Ach, das ist doch einfach lächerlich. Ja, das finde ich auch. Jetzt hat uns diese blöde Cinderella unseren Prinzen gestohlen. Ich wusste doch schon immer, dass dieses Mädchen ein Geheimnis hat. Ein paar Wochen später heiratete der Prinz Cinderella. Es war eine wunderschöne und glückliche Hochzeit. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Oh, Nelly, ist dir auch so langweilig wie mir? Ja, ich weiß einfach nicht, was ich spielen soll. Ich auch nicht. Das Bilderbuch ist langweilig. Ich hätte Lust auf irgendwas Besonderes. Etwas, das wir nicht jeden Tag machen. Ja, aber was denn? Hm, lass mich mal überlegen. Irgendwas fällt mir bestimmt ein. Ich hab's! Echt? Was denn? Also, ich hab letztens im Internet schon mal so eine Challenge gesehen. Und zwar eine Gummy Food versus Real Food Challenge. Hä, was ist das denn? Also, ich erklär's dir. Die Challenge funktioniert so. Man hat zwei Spieler, also zum Beispiel wir beide. Und wir sitzen dann halt an einem Tisch. Und es gibt dann immer zwei Teller und die sind abgedeckt. Und unter dem einen Teller ist dann ein Gummibärchen. Und unter dem anderen Teller ist es dann in echt. Also, zum Beispiel eine Gummibärchen Erdbeere versus die echte Erdbeere. Ah, jetzt verstehe ich's. Das hört sich echt cool an. Ja, also ich hätte schon Lust, die Challenge zu spielen. Aber dafür bräuchten wir noch jemand anderen. Denn wir beide reichen nicht aus. Oh, wie wäre es denn, wenn wir Pia anrufen? Vielleicht hat sie ja Lust, die Challenge mit uns zusammen zu spielen. Ja, das ist eine gute Idee. Komm, wir gehen nach unten zu Mama und fragen, ob wir Pia anrufen dürfen. Ja. Mama, können wir vielleicht Pia anrufen? Wir wollen ein Spiel mit ihr spielen. Ja, das könnt ihr machen. Sie wohnt ja gleich nebenan und kann dann rüberkommen, wenn sie Zeit hat. Moment, ich hol kurz mein Handy aus meiner Tasche und gebe die Nummer ein. Gut, die Nummer ist eingeladen. Ihr könnt anrufen. Hallo, hier ist die Nelly. Darf ich vielleicht die Pia sprechen? Natürlich, ich geb sie dir. Einen Moment. Hallo? Hallo, Pia, hier ist die Nelly. Emma und ich wollten fragen, ob du vielleicht Lust hast, rüberzukommen. Wir machen eine Gummy Food vs. Real Food Challenge. Hast du da Lust, mitzuspielen? Oh ja, die Challenge kenn ich. Und das wär so cool, wenn wir die machen könnten. Ich komme gleich rüber und bringe noch etwas mit. Ja, das ist super. Dann bis gleich. Juhu, sie kann. Hallo, Pia, komm rein. Hallo. Wie ihr sehen könnt, ist das einverstanden? Ja, für mich ist das kein Problem. Ich hab sowieso mehr Lust, die Sachen zu probieren. Ja, ich auch. Okay, das ist super. Und übrigens, wir können das Spiel auf der Terrasse spielen. Da haben wir sowieso einen großen Tisch. Ja, das ist gut. Dann kommt, gehen wir hoch und ich bereite alles vor. Ja. Ich bin schon so gespannt, was wir als erstes zu essen bekommen. Oh ja, ich auch. Die erste Sache für euch ist jetzt vorbereitet. Ich lege die beiden Teller jetzt auf den Tisch, aber ihr dürft den Deckel noch nicht öffnen. Pia, du darfst anfangen. Möchtest du deinen Teller behalten oder tauschen? Ich glaube, ich will tauschen. Okay. So, jetzt dürft ihr den Deckel öffnen. Ich bin schon so gespannt. Yay, ich hab die Gummibärchen-Erdbeere. Manno, ich hätte auch lieber die Gummibärchen-Erdbeere als die normale. Aber beides schmeckt eigentlich gleich gut. Dann esse ich jetzt meine Gummibärchen-Erdbeere. Und ich esse jetzt die normale Erdbeere. Das war lecker. Ich liebe Erdbeeren. Weil ihr beide euer Essen gegessen habt, kriegt ihr einen Punkt. So, für den Anfang habe ich noch was Leckeres gewählt. Aber je weiter wir spielen, desto ekliger werden die Sachen. Oh, oh. Jetzt bereite ich die nächste Sache für euch vor. Für die beiden habe ich als nächstes eine Gummibärchen-Zitrone und eine echte vorbereitet. Mal sehen, wie sie das finden werden. Jetzt bist du dran, Emma. Möchtest du den Teller behalten oder tauschen? Hm, ich möchte tauschen. Okay. So, und jetzt dürft ihr es öffnen. Oh nein, ich habe die echte Zitrone. Yay, und ich habe die Gummibärchen-Zitrone. Lecker. Die esse ich zuerst. Möhm, Möhm, Möhm. Möhm, das war lecker. Und Pia, willst du die Zitrone essen oder lieber auslassen? Ich will mich jetzt mal nicht so anstellen. Ich esse sie. Ich will ja schließlich den Punkt bekommen. Äh, apropos Punkt. Was bekommen wir denn eigentlich als Belohnung, wenn wir gewinnen? Hm, keine Ahnung. Wie wäre es denn mit Schokolade? Ja, Schokolade ist immer gut. Finde ich auch. Hm, dann muss ich wohl jetzt die Zitrone essen. Oh, ist das bitter. Ach, stell dich nicht so an. Zitronen sind doch gesund. Und sauer macht lustig. Haha. So, dann bereite ich jetzt die nächste Sache für euch vor. Okay, ich brauche dringend etwas Neues zum Essen, damit der Zitronengeschmack weggeht. Wird gemacht. Ach so, bevor ich es vergesse, muss ich euch beiden noch einen Punkt geben. Ich bin gespannt, was Nelly als nächstes für uns auswählt. Ja, ich auch. Ich hoffe, es wird nichts Ekliges. Mhm, aber Nelly hat gesagt, je weiter wir spielen, desto ekligere Sachen wird sie dran nehmen. Stimmt. Ich bin da. Bitteschön und bitte. So, Pia, jetzt darfst du entscheiden. Willst du deinen Teller behalten oder tauschen? Ähm, ich möchte behalten. Okay, dann dürft ihr jetzt gucken. Mh, lecker, ein Stück Pizza. Das passt gut. Ich hatte sowieso etwas Hunger. Naja, also ich hätte zwar auch lieber das echte Stück Pizza gehabt, aber das Gummibärchen ist bestimmt auch okay. Hm, ich liebe Pizza. Ich auch, aber ich bin gespannt, wonach das Gummibärchen Pizzastück schmecken wird. Es hat leider nicht nach Pizza geschmeckt, sondern nach Orange. Keine Sorge, die Pizza war nur mal zur Abwechslung. Ich bereite gleich die nächste Sache vor, aber davor muss ich noch kurz eure Punktzahl notieren. Jeder von euch bekommt einen Punkt. Bis jetzt habt ihr noch Punktegleichstand, aber ich denke mal, das wird nicht lange so bleiben. Äh, was meinst du denn damit? Nix, nix. Als nächstes habe ich für die beiden einen Gummibärchenpilz und einen echten Pilz vorbereitet. Ich hoffe, dass Emma den echten Pilz bekommt, denn ich weiß, wie sehr sie Pilze hasst. Den wird sie nämlich bestimmt nicht essen. Emma, jetzt darfst du entscheiden. Möchtest du deinen Teller behalten oder möchtest du den mit Pia tauschen? Ich habe davor immer getauscht. Jetzt möchte ich ihn mal behalten. Okay, dann dürft ihr jetzt den Deckel öffnen. Oh, ein Gummibärchenpilz? Oh nein, das kann ja nur heißen, dass unter meinem ein echter Pilz ist. Ja, endlich kriege ich mal wieder das Gummibärchen. Oh nein, ich hasse Pilze. Ich esse zuerst mein Gummibärchen. Mömm, nom. Oh, das hat aber lecker geschmeckt. Emma, möchtest du den Pilz essen oder möchtest du ihn auslassen? Wenn ich ihn jetzt auslasse, dann kriege ich keinen Punkt. Ich lecke Oh nein, das kann ich wirklich nicht essen. Das heißt dann wohl kein Punkt für Emma. Stimmt, das notiere ich. Das heißt, jetzt liegt Pia mit einem Punkt in Führung. Meno, warum musste ausgerechnet ich den Pilz bekommen. Ach, macht dir nichts draus. Ich musste ja auch die Zitrone essen. Ja, aber eine Zitrone hätte ich auch gegessen. Die ist ja nicht so eklig wie ein Pilz. Tja, kann man leider nichts machen. Mh, bin da. Pia, möchtest du deinen Teller behalten oder tauschen? Ich möchte tauschen. Okay. jetzt dürft ihr den Deckel öffnen. Oh, das ist aber ein großer Burger. Und ich habe ein Gummibärchen Burger. Das ist aber cool. Pia, weil du zuletzt die Pizza hattest, kriege ich jetzt den Burger. Stimmt, und ich habe jetzt schon die zweite Runde Gummibärchen. Hm, ich liebe Burger. Burger. Lecker. Und ich liebe Gummibärchen Burger. Ihr beiden bekommt jetzt einen Punkt, aber Pia liegt immer noch in Führung. Übrigens, gleich ist die letzte Runde. Das heißt, ihr bekommt nur noch eine Sache zum Essen und dann ist das Spiel vorbei. Okay, ich bin gespannt, wer am Ende gewinnen wird. Ich hoffe, ich. Das werden wir ja schon sehen. Da das die letzte Runde ist, nehme ich eine besonders schlimme Sache zum Essen. Und zwar eine richtig, richtig scharfe Chili und eine Gummibärchen Chili. Ich bin gespannt, wer gewinnen wird. bin wieder da. Bereit für die letzte Runde? Ja, auf jeden Fall. Emma, möchtest du tauschen oder behalten? Ich möchte tauschen. Okay. Dann dürft ihr den Deckel jetzt öffnen. Oh nein, ich habe die Chili. Ja, und ich habe die Gummibärchen Chili. Oh nein, ich hasse scharfes Essen. Tja, da musst du wohl durch oder du verlierst. Ich genieße zuerst meine nicht scharfe Gummibärchen Chili. Ich glaube, ich werde die Chili essen, denn wenn ich sie esse, dann gewinne ich. Wie du willst. Okay, drei, zwei, eins. Scharf, 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 ich brauche Wasser oder Milch. Schnell! Okay, ich beeile mich, ich hole dir was. Ich halte es fast nicht mehr aus. Hier, ein Glas Milch für dich. Danke. Puh, jetzt geht's wieder. das war sehr mutig von dir und ihr beiden bekommt einen Punkt. Das heißt, die Gewinnerin ist Pia. Yay, ich habe gewonnen, ich habe gewonnen. Das hast du dir aber wirklich verdient. Ich glaube, die Chili hätte ich nicht gegessen. Ich auch nicht. Dann hole ich jetzt mal noch die Belohnung für dich. Tada, hier ist deine Schokolade. Oh, danke. Lass es dir schmecken. Wisst ihr was? Mit meinen besten Freundinnen teile ich die Schokolade gerne. Echt? Das ist aber nett von dir. Wenn alle etwas davon haben, dann schmeckt es doch am besten, oder? Ja, das stimmt. Und ist schon morgen. Oh, Oh, heute ist ja Arbeitstag. Wie viel Uhr ist es denn? Was? Schon so spät? Oh, ich muss mich echt beeilen, sonst komme ich heute zu spät in die Praxis. So, erstmal ins Bad gehen und mich fertig machen. So, fertig. Und jetzt muss ich mich anziehen. Das ist meine Arbeitskleidung. So ziehe ich mich an, wenn ich in die Praxis gehe. Und jetzt mache ich mir ein schnelles Frühstück. Kaffee darf natürlich nicht fehlen, denn Kaffee am Morgen vertreibt Hunger und Sorgen. Während ich frühstücke, lese ich meistens die Nachrichten auf meinem Handy durch. Das hat lecker geschmeckt. So, und jetzt muss ich auch schon los zur Arbeit. Oh, ich hätte fast meine Maske vergessen. Wie kann mir das denn nur in Corona-Zeiten passieren? Tür abschließen, natürlich nicht vergessen. Und los geht's! Hallo! Hallöchen! Ich löse dich jetzt ab. Meine Schicht startet jetzt. Ah, schon? Okay, dann. Tschüss, bis morgen! Tschüss! So, dann stelle ich mal meine Tasche ab. So, als erstes auf meiner Liste steht die Frau Stein mit ihrem Sohn Louis. Frau Stein, bitte! Folgen Sie mir bitte ins Behandlungstimme. So, was hat ihr kleiner Louis denn? Er hat eine schlimme Erkältung und ich habe Angst, dass es Corona ist. Hat er denn auch die Symptome? Ja, ich habe schon im Internet nachgeguckt. Da trifft fast alles auf ihn zu. Okay, dann werde ich einfach mal erstmal ein Schnelltäusch bei ihm machen und dann werden wir ja dann sehen, ob er Corona hat oder nicht. Okay. So, Louis, ich werde jetzt einen Corona-Schnelltest bei dir machen. Tut das denn weh? Nein, das kitzelt nur ein bisschen in der Nase. Und ich mache das Stäbchen auch nicht tief in deine Nase. Okay. 15 Minuten später Oh je, der Schnelltest ist leider positiv. Oh nein, was soll ich denn jetzt nur machen? Keine Angst, bewahren Sie Ruhe. Am besten Sie melden bei der Rezeption, dass der Schnelltest positiv ist. Und dann gehen Sie zu einer PCR-Teststelle und dann lassen Sie bei Ihrem Sohn nochmal einen PCR-Test durchführen, okay? Okay, das werde ich machen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Kein Problem, immer gern. Oh nein, ist Corona schlimm? Ähm, Louis, das kommt ganz drauf an. Du kannst froh sein, dass sich Corona bei dir nur als Erkältung äußert. Ähm, vor allem alte Leute und kranke Leute haben einen schweren Corona-Verlauf und müssen dann ins Krankenhaus. Aber bei kleinen Kindern ist Corona meistens nur wie eine Erkältung. Okay, dann komm, Louis, mein Schatz. Wir gehen am besten jetzt. Ja, Mami. Tschüss und gute Besserung an Ihren kleinen Louis. Dankeschön. Tschüss. So, als nächstes auf meiner Liste steht die Beatrice Müller. Okay. Frau Müller, bitte. Oh, Mama, wir sind dran. Ja, komm, Mann, Schatz. Folgen Sie mir bitte ins Behandlungstimmer. Soweit ich es gelesen habe, sind Sie heute da wegen einer Impfung, oder? Ja, die Olivia kriegt heute eine zweite Impfung gegen Tetanus, soweit ich weiß. Ja, so stand es bei mir auch. Gut, dann werde ich zuerst mal gucken, ob du gesund bist, Olivia, und dann impfe ich dich. So, Olivia, dann höre ich mal zuerst dein Herz ab. Ist mit meinem Herz denn alles okay? Ja, dein Herz ist gesund. Und du auch. Dann kann ich dich jetzt ja impfen. Ich will keine Spritze bekommen. Das tut bestimmt weh. Keine Angst, Olivia. Es ist nur eine Impfung. Und das ist nur ein kleiner Piks. Und es tut auch nicht weh, versprochen. Ich habe aber trotzdem Angst. Okay, Olivia, dann probieren wir jetzt mal was aus. Du schließt gleich deine Augen und dann zählst du in deinem Kopf bis drei. Und wenn du deine Augen wieder öffnest, ist die Impfung schon vorbei und du hast nichts gespürt. Versprochen. Versprochen? Ja, versprochen. So, du kannst deine Augen jetzt zumachen. Hä? Schon vorbei? Ja, schon vorbei. Ich habe doch gesagt, dass es nicht wehtun wird. Ja, ab heute habe ich keine Angst mehr vor Spritzen. Das freut mich aber. Und weil du so mutig warst, bekommst du dieses kleine Krokodil von mir geschenkt. Oh, danke! Vielen Dank, das haben sie echt gut gemacht. Die Olivia hat schon seit langer Zeit Angst vor Impfungen. Und ich glaube, die ist jetzt los. Dank ihnen. Ach, das ist doch kein Problem. Okay, dann tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 yht Bis zum nächsten Mal. 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 Ich mache einfach mal einen Schnelltest zur Sicherheit. Und ich muss noch alle Lichter einschalten. Hier ist es echt dunkel. 15 Minuten später. Oh nein, ich habe Corona. Dann habe ich mich wohl doch angesteckt. Bis zum nächsten Mal.